Hallo mein lieben YouTuber, willkommen zu unserem zweiten Langortour-Video. Echt, ich mein die Mini-Tour. Das wird wieder so ein kurzes Video werden. Und hinten sind die Schranken. Und wir fahren gerade den Blick lang, ne? Wie ich schon gesagt habe, ne? Lässt einfach ganz viele Abos da, ne? Weil ich brauche mehr Abonnenten. Bitte. Gebt mehr Abos, bitte. Weil ich mache jetzt... Weil... Lässt mehr Abos da, meinte ich. Weil ich mache jetzt mehr Longboard-Videos, ne? Wie ich schon angekündigt habe, habe ich schon das erste Langortour-Video schon hochgeladen. Das kommt erst heute Abend raus. Oder so? Ne, das kommt erst morgen raus. Yo, Bros! Was geht ab? Warte. Yeah, Bros! Wenn wir da vorne sind, machen wir unser Video für heute Schluss. Komm, wir beeilen uns mal besser. Also, wir sind angekommen, unserem Ziel. Also. Also. Haut rein. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Das nächste Video machen wir in... Äh...